Jo Leute, was geht ab, herzlich willkommen zum nächsten Video, freut mich dass ihr wieder da seid, herzlich willkommen, ich hoffe euch geht's allen gut Beim letzten Mal sind wir bei 380€ stehen geblieben, die letzten Videos einfach miese Prise gelaufen, keine einzigen Freispiele Aber, Leute hört zu, ich hab für heute ein gutes Gefühl Und ich würde sagen, wir labern noch nicht länger, wir gehen rein in die Slots, auf geht's So, wo fangen wir heute an? Wir fangen heute bei Reacttune 2 an Eigentlich hasse ich dieses Spiel, aber es hat mich heute irgendwie angelächelt Und Ich lächle einfach mal zurück und gehe in die Slot rein Auf geht's, komm Der zweite Teil war auf jeden Fall besser als der erste, das weiß ich definitiv Zumindest hat Teil 2 meinen Geschmack mehr getroffen Aber ich hab ihn auch noch nie gesehen, wie er richtig rauskommt Ich hoffe, heute ist der Tag Fängt nicht so gut an Komm, mach oben voll, mach oben voll Müll Müll, Müll, Müll Komm, Frosch, wo ist der Fick Frosch? Natürlich nicht Komm, oben, mach bitte oben, mein Freund Oh Gott, ey, das gibt es nicht Jawohl, oben ist voll, oben ist voll, gibt drei Wilds, zwei ist auch okay Ah, er setzt die richtig mies Wildfire Explosion Müll, richtiger Müll Ach, komm Der Fick Frosch muss kommen Ach, natürlich nicht Die ersten 20 Euro für heute sind gefressen Der kommt gleich, der kommt gleich Ich würde am liebsten sagen, ich bleibe so lange drin, bis Gagaton rauskommt, aber So, ich war jetzt dann Dann sind die 380 Euro weg Ach, zu wenig oben von den Typis, Mann, ey Die drei Müll Chao Gesang Traffend Ach, Dre ach du scheiße es fehlt einer ach natürlich ich komme jetzt aber wird auch wieder nicht doch einmal ist voll oben gibt drei whites kommt komm junge sei korrekt ja und ok erst korrekt setzt die gut ja die sind ganz ok sie sind ganz ok kommt weiter 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 noch mal 32 ist auch noch gut so gut noch einer fehlt ein art gefilte für wenigstens müll guter was war das gelb 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 schmutz schmutz ja 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 das ganze monisch mehr weiter sieht man wieder miese frise aus aber ich gebe die hoffnung nicht auch voll oben ist voll jetzt können drei wieder drei wald ein geier richtiger geier auch noch mal folgt man noch bis 300 bleibt oder ich weiß noch nicht genau wie lange ich hier drin bleiben ok oben ist voll jawohl drei war jetzt dumm aber müll müll das war es aber schon wieder so Das war's für heute. Ey, kann doch nicht wahr sein. Gelb, jawohl. Ist voll, oder? Jawohl, voll. Gönn 3, gönn 3, 2. Setz dich jetzt gut. Schmutz. Läuft einfach wieder gar nichts. Der erste Fufi ist gleich wieder weg. Der erste Fufi ist gleich schon wieder weg, meine Freunde. Ich bin einfach so verseucht momentan. Kannst du keine mehr zählen. Was war der höchste Gewinn heute? 3 Euro? Ich glaube, 3 Euro da. Was war der höchste Gewinn. Aber ein wirkliches Ding der Unmöglichkeit, Garantonda rauszukriegen, oder? Ich hab's noch nie geschafft, sag ich euch ganz ehrlich. Weder in Teil 1 noch in Teil 2. Okay, Rom ist wieder voll. Gb es 3 Whites. Einer. Ja, und sitz noch beschissen am besten. Das war so schon wieder. Eieieie, das hier ist wieder mager Quark. Ja, bis 300 gebe ich Chancen. Was soll ich noch machen? Was soll ich hier noch großartiges machen? Schmutz. Kann wieder nix werden. Die Fickfröschen sind zu wenig. Die Fickfröschen sind einfach zu wenig da gewesen. Ja, gelb ist voll. Komm, okay, okay. Okay, 3 Whites jetzt. Die Whites müssen jetzt bei den gelben kommen. Setzt sie bei den gelben. Ja, ja, ist okay, das ist gut. Wieder voll oben. Zu wenig gelbe im Spiel. Da müssen mehr gelbe rein. Gönn! Okay, der erste Schritt haben wir. Gönn 3 Whites. 2. Schmutz! Ach, komm! Wieder vorbei, oder? Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Wie gesagt, bis 300 gebe ich Chancen. Aber. Ich bezweifle, dass wir ansatzweise Erfolg haben. Nur ein Frosch. Bruder, was passiert denn jetzt? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Weil zwei Kugeln nebeneinander waren, habe ich das richtig gesehen. Und drei Whites. Okay. Aber zu wenig Frösche. Aber zwei Kugeln sind jetzt wieder nebeneinander. Nein. Diesmal bringt es nichts. Ich habe es nicht verstanden eben. Ich habe es nicht verstanden. Jetzt kommen wieder nur die kleinen Typhys raus. Hallo. Wir haben gar nichts gebracht. Wir haben einfach gar nichts gebracht. Jackpot. Oh, 20€ der höchste Gewinn heute. Hey, go, mio, ey. Schmutz, Alter. Na, den 20€ nehmen wir natürlich gerne mit. Ich meine, schmutz, dass nichts... Ja, ihr wisst. Dass einfach nichts Richtiges kommt. Ich weiß nicht. Ich bin ganzじ. Okay. Ich bin ganz klar. Ich bin ganz klar. Ich bin ganz klar. Ich bin ganz klar. Einer fehlt. Okay, oben ist voll. Oben wird jetzt voll. Doom. Komm. Ja, bringt aber nichts. Bringt kaum was. Schmutz, das bringt einfach gar nichts. Das ist eine Abzocker. Okay, Frösche ist voll oben. Gönn. Okay, drei Whites. Aber wenig Frösche. Ganz wenig Frösche. So viel Whites und keine Frösche im Spiel. Schmutz. Okay, ich habe mich unentschieden. Mit 320 gehe ich raus. Ich kann es dort nicht mehr sehen. Ich kann sie einfach nicht mehr sehen. Schmutz. Okay. Letzter Spin. Tuuu. Raus hier. Schnell, aber ganz schnell. Okay, nächstes Slot. Battle Royale. Okay. Ich will einfach nur Freispiele sehen, Dicker. Okay, wir brauchen ein Schild. Einmal vorne und einmal hinten. Es wäre zu schön gewesen, im ersten Spin direkt die Freispiele zu sehen. Komm, gönn jetzt. Schmutz. Ich bin wieder verseucht. Das kann nicht alles wahr sein. Was heute wieder abgeht. Gleich 80 Euro wieder. Futsch. Und wie viel kam bis heute? Höchster Gewinn 20 Euro. Geil. Höchster Gewinn 20 Euro. Can ich ihn zeig mal denn? Höchsteig. Oh. ach ja ich bin mal gespannt eigentlich gibt man hier oft freie spiele also in anführungszeichen oft ich bin mal gespannt ob ich sie überhaupt bekommen das kann mir doch keiner wieder erzählen was hier wieder abgeht und irgendwas gutes 7 euro oder wie viel ist das ok holen wir mit 15 euro bringt einfach zwei schilder man ja es kann nur nichts sein ich werde schon wieder ungeduldig ich werde ungeduldig also die slot die frist ja noch schneller als react uns react uns hat sich gut gehalten aber mehr und nicht und hier die frist einfach nur ja 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 Ey was ist in letzter Zeit los Oha wir sehen das Bonus aber das heißt noch lange nichts es gibt hier zwei Bonus schon rechts Ach das ist das Schmutz Feature das sind nicht die richtigen Freispiele guckt nicht so hässlich 3 Euro wenn der Geist uns erwischt ist vorbei wenn wir ein Schlüssel bekommen können wir fliehen Ich bleibe auf der linken Seite kommen können jetzt den Schlüssel ach du scheiße ganze 9 Euro Er hat richtig gegönnt Puh Dann sehe ich einmal den Trecks Bonus und dann kommt sowas Big Wind das bin ich mal gespannt wie viel ist denn das 20 Euro wieder Ok nehmen wir aber gerne mit Ich will die richtigen Freispiele sehen Komm jetzt aber gönn Schild Puh Mit 270 gebe ich Chance Er muss ja noch einmal kommen Hat 9 Euro in den Bonus Feature gegeben Ich will die richtigen Freispiele gönn Jetzt macht er wieder Faxen Richtige Faxen macht er Okay 100 Euro sind jetzt weg wieder Joa läuft doch Jaa gibt die 6 Euro Ah 6 Euro ja wahrscheinlich 6 Euro 1,50 Euro 1,50 Euro 1,50 Euro 2,50 Euro 1,50 Euro 2,50 Euro 3,50 Euro wie gesagt bis 270 die letzten spins auch in dieser treck slot nichts gegönnt auch der höchste gewinn 20 euro momentan auf einer ebene mit react uns können noch einmal bonus bitte kann ich es kann nicht wahr sein letzter spin er lässt mich nicht raus können jetzt die freie spiel oder gibt mir einfach gar nichts mehr kommt schön jetzt also wenn ich hier keine freie spiele bekommen dann lösche ich mich dann lösche ich mich einfach komplett das oder spiel wo man am häufigsten mit abstand freie spiele bekommt die meine videos regelmäßig schauen kennen dies dort wir brauchen dreimal was ist das grüner himmel auf 1 3 und 5 absolut verseucht wieder absolut müll ja die freie spiele kommen oft also normal bei normalen leuten bei mir sagen die slots nein er kriegt nicht meinen wald noch freie spiele was habe ich den slots getan das habe ich gemacht ich kriege mich mal ein sweat hier ach du scheiße ich gehe auf jeden fall erst hier raus bevor ich mindestens einmal die freie spiele gesehen hat man also die freie spiele sehe ich notfalls zahle ich sogar noch mal ein wenn das wird so hart ja das jetzt so hart aber ich sehe schon kommen ja die leute die wahrscheinlich erst mal meine videos gucken denken sich auch okay oft freie spiele verstehe ich aber was anderes drunter die slot will mich einfach nur komplett ficken es das kann nicht wahr sein was hier wieder abgeht absolut schmutz frech das richtig frisch dicker eigentlich gefühlt nach jedem dritten spin hat man hier freie spiele auch wenn die bad da mal nix zahlen ich sehe die freie spiele auf jeden fall heute ich sehe die freie spiele auf jeden fall heute ich sehe die freie spiele auf jeden fall heute so langsam werde ich sauer fest es ist ist ach nach keine ahnung kommen können ist irgendetwas gutes können alle tiere einfach alle000 rood Ach den, der hörsch. Wie oft hat der mir schon gar nichts bezahlt? Okay, gönn einfach, gönn einfach Vollbild, komm. Ach du Scheiße. Ja, äh, gute Freispiele, das war's schon. Das war's, Leute. Aber, ich hab die Freispiele gesehen. Einen zumindest. Und jetzt hat ganze 0 Euro bezahlt. Das siehst du auch nicht... Nicht in jeder Slot. Also, was hier wieder abgeht. Boah. Ja, bis 200 und dann war's also wieder für heute. Ey, also, was geht hier ab? Was hab ich denen Dreckslots gemacht? Ich bin einfach verflucht. Gönn einfach noch Freispiele. Kann nicht wahr sein. Aber das ist Bestätigung pur, dass mit den Slots momentan irgendwas nicht stimmt. Früher hat man wirklich hier so oft Freispiele bekommen. Jetzt einmal Freispiele gesehen und die haben 0 Euro gezahlt. Also, verarschen kann ich mich selbst. Boah, viel zu hart. Also, wie gesagt, ich bin da fest der Meinung. Der Überzeugung der Überzeugung mit den Slots, mit den Maschinen stimmt momentan wirklich irgendwas nicht. Auch wenn wir jetzt hier nochmal Freispiele sehen. Mal gucken, vielleicht können wir ja die letzten Freispiele überbieten. Überbieten. Das wäre ja mal zumindest ein Anfang. Och, und Bär. Bär. Ja, da seh ich schon wieder. Nix Gutes. Mal 15. Mal 20. Komm, mal 25. Jawohl. Und weiter nach oben. Mal 30. Komm, gönn. Jetzt irgendein Bild. Einfach irgendein Bild. Gönn irgendwas. Gönn einfach irgendwas. Okay. Ein Gewinn ist auf jeden Fall da. Was will dieses Tricks? Aber was denn jetzt? Okay. Ich glaube, der ist ganz okay. Ey. 42 Euro. 42 Euro. Okay. Das ist doch mal wieder. Wenigstens etwas. Oh mein Gott. Ich habe eigentlich auch gedacht. Ey. Dieses Tricks. Aber was das Einzige, was hier ein Virus ist, ist in den Slots. Kommen wir jetzt nochmal rein. Nach dem Checkpoint Gewinn von 42 Euro, glaube ich, ist die Slot komplett leer geräumt. Also Leute, falls ihr selbst schockt, Wild North ist leer. Ach. Wir kommen sogar nochmal rein. Ein Wunder. Und jetzt gönn einfach alle Tiere. Ach. Die Eule. Die Fick-Eule. Na. Na klar. Gönn einfach Eule in der Mitte. Fick. Ach du Scheiße. Jawohl. 30 Cent. Okay. Besser als die ersten zwei Spiele. Ich will mich nicht beschweren. 30 Cent. Davon kann ich nicht mal eine Umtrierung machen. Aber egal. Wie lange bleibe ich drin? Wie lange bleibe ich drin? Ich habe gesagt, bis 200. Oder? Ich würde sagen, bis 220. Ich bin zuerst weg. Oh, страшne. Oh. Ich gehe mit dem Klappen. Ich mache die Säge. Ich mache die Säge. Danke. Ich kann mir nichts mit. Ich kenne die Säge. Ich habe die Säge. Komm nur einmal rein fürs Feeling Einfach rein fürs Feeling Ich glaube Nein Schmutz Schmutz Jo Leute das war es dann auch schon wieder Wieder absolut Schmutz gelaufen Ich kann es leider nicht ändern Aber ich habe mir von vornherein gesagt Ich zeige euch alles was ich zocke Egal ob Schmutz ist oder nicht Damit ihr seht wie die Slots laufen Ob ich gewinne, ob ich verliere Es wird alles hochgeladen quasi Und deswegen Es tut mir leid Ich kann leider die Freispiele mir Ich kann sie nicht herbeizaubern Aber hinterlasst gerne trotzdem ein Abo Hinterlasst gerne Slotwünsche in den Kommentaren Hinterlasst gerne einen Daumen nach oben Würde mich sehr freuen Bis zum nächsten Mal Bleibt gesund Auf Wiedersehen Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal